Hey du, cool, dass du auf meinem Profil bist. Ich veröffentliche eigentlich fast jeden Tag ein neues Video und es wäre super cool, wenn du ein Abo dahinter lässt, einen Kommentar schreibst, das Video likest oder mach nur eins von dem Scheiß, Hauptsache du machst irgendwas, support the locals. Hey Leute, ich laufe hier gerade auf Lanzarote rum und ich muss sagen, ich war hier noch nie auf so einer Vulkaninsel und es ist schon echt tröst, ne? Es ist schon echt tröst? Trist? Alter, es ist echt trist so, ne? Also es ist nicht so viel los, es sind viele Rentner, viele alte Menschen, viele Touristen und viele Menschen, die irgendwie glauben, dass es voll die Sehenswürdigkeit ist. Also die gehen da irgendwo hin, zahlen ihre 15 Euro und denken so, wow, ich sehe jetzt auf dem höchsten Punkt der Insel, also nördlich gesehen, kann ich jetzt rüberschauen auf die andere Insel. Ja cool, kauf dir eine Kamera, mach ein Foto, hast das Bild auch. Also, weißt du, ich verstehe diese Intention des Geldsausgebens nicht, dass man da irgendwo hingeht, 20 Euro Eintritt zahlt und eigentlich nichts anderes sieht, wie ein paar Meter davor auch nur ohne 20 Euro zu zahlen. Ja, keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht, ich habe es einfach so umgangen, ich bin drum herum gelaufen und habe einfach die Aufnahmen so geschafft zu machen und glücklicherweise gab es noch einen hohen Turm oder Weg, Weg, den sieht man jetzt gleich. Da laufe ich so ein bisschen entlang und da bin ich ziemlich weit oben und da habe ich den besten Blick gehabt, für keine 20 Euro auszugeben. Also hier sehen wir dann halt den Ausblick zur anderen Insel. Das ist schon cool so, man kann von oben rüber sehen, aber was sieht man? Man sieht keine Palme, man sieht keinen Baum, man sieht eigentlich nur Schutt und Asche und Vulkan zerstörte Erde so. Keine Ahnung, ob ich das jetzt so feiere. Also es war mal cool, dort gewesen zu sein, aber ich werde mir, glaube ich, jetzt keinen Flug mehr nach Lanzarote buchen, um irgendwie die Sehenswürdigkeiten da zu sehen. Also, jetzt schauen wir uns noch mal ein bisschen die Insel, die gegenüberliegt von Lanzarote. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, jetzt laufen wir wieder runter und sehen uns das hier weiter an. Im Endeffekt sieht man eigentlich nur Gestein, Gestein und ein bisschen Wasser drumherum und wieder Gestein und Tourist, die 20 Euro gezahlt haben, um da Fotos zu machen für. Ja, keine Ahnung, können die ja machen, aber da zeige ich jetzt rüber, was man da die ganze Zeit in diesem Video sieht, nämlich diese schöne Insel. Haut da rein, macht ein Abo weg und bis bald. Ciao, ciao.